Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde von Black Ink Invoved. Ja, ich hoffe, ich habe noch immer keine Ahnung wie man das richtig ausspricht. Es ist schon sehr sehr lange her dass ich das Spiel gespielt habe, weil ich kurze Zeit habe ich mir mal vorgenommen, also wie ich es gekauft habe, habe ich gespielt, habe das Let's Play ein bisschen, dann bin ich mal kurz nicht weitergekommen habe, was anderes Let's Play und dann habe ich mir gedacht okay startet es wieder durch, spielt es jetzt komplett durch, machst alle Szenarien fertig und das hat auch nicht so gut funktioniert. Ja, also wir sind dann hier bei dem Nano-Virus eigentlich stehen geblieben, dann habe ich nur noch gesagt okay, hey, schau her Jungs, es gibt nur noch die Bio-Waffe und die Affengrippe, die beiden machen wir auch und dann ist es vorbei mit dem Let's Play, aber ganz ehrlich leider nicht, weil ich kam dann irgendwie nicht dazu, wollte nicht, habe es vergessen, so bladidam, ja und jetzt sind wir auch hier, weil es war auch zwischendurch mal so, dass wir, dass da neue Logik rein gebracht wurde, so ein bisschen in das Ganze und es ist so, dass wir jetzt eben jetzt bei der Bio-Waffe sind, ich habe sie auch schon ausgewählt, das letzte Mal im Prinzip den Nano-Virus, jetzt sind wir bei der Bio-Waffe und ja, es gibt jetzt auch schon, das wollte ich auch noch kurz her sagen, eine neue, äh, solche, die Schattenpest, das, man sieht es auch schon, da geht es um, äh, Vampirchen, ja, das Ding sieht ein bisschen aus wie ein anderer Virus, ich weiß noch nicht, irgendeiner sieht, sieht dem relativ ähnlich, glaube ich, wenn ich mich da jetzt nicht ganz irre, ja, ne, doch nicht, okay, da habe ich mich noch ein bisschen getäuscht, sieht nicht ähnlich, ah doch, schau, der Necro-Virus, das, ja, der Necro-Virus sieht dem, dem da schon relativ ähnlich, ein bisschen anders natürlich, ist klar, ähm, ja, Planeteaffen, die werden wir auch noch machen, aber vor allem jetzt mal die Bio-Waffe, ähm, ich habe sie noch nie gespielt, das heißt, ich sollte kurz lesen, das sollte hier irgendwo stehen, oder, das sollte hier nicht irgendwo, ähm, ja, okay, gut, so, was können wir jetzt hier, Bonus-DNS, erhalte am Anfang Bonus-DNS, erhalte mehr DNS, genau das, das nehme ich auf jeden Fall, so, Inaktivität, verringert die Mutationschance deiner Seuche, das brauchen wir auf jeden Fall, weil die Bio-Waffe, glaube ich, sich auch, soweit ich das nur in Erinnerung habe, ein bisschen, so ein bisschen selbst pusht, wie der Virus auch, also selbst Gene weiterentwickelt, das ist natürlich auch nicht schlecht, die Mutationschance, ja, okay, das brauchen wir definitiv nicht, das passt eh, Wasserbonus, das heißt, wir werden ein bisschen durchs Wasser, das heißt, das, das betrifft dann auch Grönland und alles, und so weiter und so fort, Trockenbonus haben wir, haben wir, habe ich jetzt dabei, gibt dann als solche einen Bonus in trockenen Klimaregionen, Feuchte, Bonus in ländlichen Gebieten, okay, na, dann lassen wir auf jeden Fall den Trockenbonus auch drinnen, da muss ich mir noch kurz überlegen, ähm, wie ich das jetzt, wie ich das jetzt weitermache, ähm, und Rückentwicklung ist, glaube ich, eine der sinnvollsten Sachen, finde ich, weil man da Bonus, den es bekommt, fürs Rückentwicklung von Sachen, Rückentwicklungskosten erhöhen sich nicht, die Kosten von Symptomen werden nicht erhöht, aber sie sind einfach zu heilen, äh, die Kosten von Fähigkeiten werden nicht erhöht, aber sie sind einfach zu heilen, übertragen, das brauchen wir alles nicht, wir haben jetzt, das Sachen, ich weiß nicht, ob man es braucht oder nicht, ja, keine Ahnung, sagen wir starten einfach mal mit der Seuche, wir fahren eine genetische Strategen, ähm, Forscher arbeiten drei Tage pro Woche, wir lassen das einfach normal, weil sonst kommen wir ja sowieso nicht weiter, so, fortfahren, möglicherweise mag es sein, dass dieser Name etwas umstritten ist, vielleicht kennt wer den ersten Triple X Film, wo die dieses, diese, diese Biowaffe entwickeln, ja, die heißt Stille Nacht grundsätzlich, jetzt dachte ich mir nur, Stille Nacht, ja, ist ein Weihnachtslied, ähm, vielleicht trifft es auch auf was anderes zu, Stille Nacht, Heilige Nacht, ja, das kennt ihr vielleicht, auf jeden Fall, ähm, Holy Inside Night, auf jeden Fall ist es so, dass, ähm, ich ja für alle meine, meine Virus irgendwelche Namen habe, Cäsar, also, das kommt noch, Entschuldigung, Prutus für den, für den Dings, Vivienne ist der Virus und so weiter und so fort, und damit wir jetzt wieder einen Frauennamen ein bisschen im Spiel haben, weil ich, ich weiß gar nicht, ähm, Prion, Prius, der König von Troja, glaube ich, ähm, heißt das Ding Maria, das hat, das ist vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen schlimm oder so, wenn man den Virus Maria nennt, ja, aber es ist leider so, dass, ähm, ja, es ist leider so, dass der Virus, ähm, Stille Nacht wollte ich ihn jetzt nicht nennen, einfach weil das nicht passt, ja, weil die Virus alle Namen haben, dachte mir, okay, was passt zur Stille Nacht? Maria, ne, ich hätte es auch Josef nehmen können, Jesus wäre heftig gewesen, also deswegen nehme ich jetzt Maria, das ist ein Frauenname, das passt ganz, ist ganz lieb und nett, theoretisch könnte ich noch 1b hinzuschreiben, oder so, dass man eine Nummerbezeichnung hat, aber wir bleiben einfach bei Maria und fertig, ich meine, ich könnte auch irgendwas anderes hinschreiben, ja, also, aber, ja, wir fangen einfach an, so, willkommen bei Blacking, wir kennen das ja, also, ihr kennt das ja alle schon, das Ganze ist nur, ja, deine Wahl, Bierwaffe, um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten, lösche die Menschheit mit der ultimitiven Seuche aus, ja, das können wir schon, Startgebiet wählen, Startgebiet, das ist jetzt interessant, wir können natürlich hier Saudi-Arabien wählen, zum Beispiel, oder auch Grönland, ich würde ja grundsätzlich Grönland bevorzugen, weil das immer so ein Land ist, das echt schwer einnehmbar ist, wo man echt selten hinkommt, und wir haben natürlich einen Trockenkeitsbonus, haben wir dabei, das heißt, wir sollten eigentlich hier in so einem Wüstengebiet starten, eigentlich, aber da denke ich mir immer so, für mich, ja, okay, Wüstengebiet, bin mir nicht so sicher, ob das wirklich Sinn macht, hier in einem, in einem Wüstengebiet, so, jetzt, also, könnte man, könnte man auf jeden Fall, aber, aber ich will eigentlich gar nicht, ich finde Grönland geil und da wäre auch, also, besser und ich, ich nehme einfach das, da dauert das vielleicht am Anfang ein bisschen länger, so, wir werden jetzt mal kurz schauen, ich muss mal kurz, Maria ist ein Bio-Waffe, die unabsichtigt freigesetzt wurde, du wirst automatisch mit der Zeit tödlicher, kannst du alle infizieren, bevor deine Überträger, bevor du deine Überträger tötest, ähm, ich drücke mal kurz eins und würde mir gerne anschauen, was wir hier, bei der, also wir haben jetzt hier die ganz normale Übertragungssachen, die ganz normalen Symptome, die auch jede andere Waffe hat, und hier haben wir jetzt spezielle Sachen, nur für die Bio-Waffe, ähm, reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass mit der Zeit tödliche Gene freigeschaut werden, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht für den Anfang, setzt die Tödlichkeit der Waffe zurück, benötigt Zeit, um zu regenerieren, das ist auch nicht so, also, das ist auch nicht so schlecht, wenn wir das erweitern, senkt Tödlichkeit zu deaktivieren von Schlüssgenen, die die Produktion von Giftstoff, ja, ja, ich sehe so, ich sehe schon, wir werden diese drei Sachen hier weiterentwickeln, ähm, aber jetzt mal ein bisschen beschleunigen hier, damit wir da Punkte bekommen, so, hier wird schon, es geht schon voran, mit acht Leuten sind infiziert, Euro hat es super knapp für Zusammenbrauch, Politiker haben wir immer. zwölf punkte immer kurz rein hier sagen wir entwicklen das hier und das und dann noch das hier unten oder das hier oben senkt die zähigkeit zu decken ja das können wir das auch noch das theoretisch könnten wir das auch noch mitnehmen oder wir nehmen die gen komprimierung mit das wäre natürlich auch eine möglichkeit also nachher dann später erst ja die tötigkeit der waffe zurücksetzen können wir glaube ich später noch machen die ist ja derweil noch nicht wirklich hoch das betrifft dann eher später irgendwelche sachen wenn sich das ganze mal ein bisschen okay so immer gleich weiter nehmen wir das mit und die frage ist wir sollten die die wasserübertragung mal kurz mitnehmen damit wir da von der insel weg kommen deswegen nehme ich jetzt auch die mal mit dann schauen wir mal so ok jetzt noch mal das ist ja es ist ein bisschen wir sind immer noch nicht von der insel runter das ist es bringt relativ wenig es sind doch nicht es sind doch nicht viele infizierten auch das ist auf jeden fall schon mal klar so werden wir haben jetzt wieder 17 punkte vielleicht können wir da was sinnvolles draus machen vorher das dann nehme ich jetzt noch die modifizierung 2 mit oder nehme ich mal das mit mit 12 punkte können wir definitiv noch irgendwas mitnehmen die luftübertragung wenn das jetzt relativ wenig bringt hier aber nehmen sie trotzdem mal mit so gelderesistenz wäre natürlich nicht schlecht sollten wir vielleicht auch noch in der weg umziehen die mitzunehmen grönland füllt sich das könnte das könnte ganz nett werden und grönern sterben natürlich schon ein paar leute ich weiß nicht ob es an der krankheit liegt ich glaube schon weil es ja wie gesagt das ist doch eine bio waffe ok jetzt muss ich mal schauen kälteresistenz eine unscheinbare krankheit breitet sich aus ist aber definitiv nicht unsere offensicht so wasser kälteresistenz ich habe seitlich schon mal was zusammengeschrieben so ein bisschen bevor ich mal eine runde gespielt war nicht sehr erfolgreich deswegen habe ich jetzt mal was zusammengeschrieben ein bisschen was was man ausbreiten kann aber es ist halt immer so ein bisschen man muss sich das es ist immer so dass man da ein bisschen kälteresistenz brauchen wir auf jeden fall weil wir jetzt gerade halt in dem land sind was das was diese hat so jetzt muss ich mal kurz schauen wir haben jetzt luft übertragen was übertragen haben wir kälteresistenz ok dann können wir jetzt grundsätzlich mit dem bei mit den beiden dann nachher weitermachen da brauchen wir dann 88 16 punkt das heißt aber wenn wir dann auch wieder 20 punktlein ja es sterben schon ein paar leute das finde ich nicht so geil aber es ist zum glück noch keine heilentwicklung hier es ist grundsätzlich nicht schlecht wenn auch ein paar symptome weiterentwickelt werden aber dann kann natürlich passieren dass es heilungen gibt dass wir grundsätzlich nicht unbedingt ja so jetzt jetzt läuft das schon ein bisschen schneller hier so wir brauchen 20 punkte dankeschön so dann werden wir jetzt mal das hier weiter und ok und das würde bedeuten so die die genau die sterblichkeit ist schon mal zurückgesetzt von der waffe dort geht's so hier hinten perfekt ich kann mich noch erinnern die nekroer solche also diese zombie solche idee hat uns ordentlich mitgenommen sobald ich das doch in der kammer ist nun kurz an ja 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 wobei das ist das was ich jetzt mal raus theoretisch stoppen so wo ist die modifizierte gestern natürlich das noch ja kann ich noch irgendwas übertragungsmäßig also symptome würde ich gern vermeiden ja das könnte ich aber ok dann muss ich jetzt noch mal kurz warten bis ich 20 punkte habe ich kann ja auch anzoomen was im grunde aber nicht gut ist das ranzoomen ist halt einfach nicht so so 20 punkte jetzt entwickle ich noch schnell die vögelchen äh Geldresistenz ich weiß nicht ob ich das noch brauche ich glaube ich brauche eher hier sowas deswegen ich werde dann nachher noch die Hitzeresistenz mitnehmen weil ich glaube die die soweit ich das noch in erinnerung habe wir sind schon bei 21 prozent ich glaube ausschlag ist ausschlag okay also kann man das lassen sollte ich das zurück entwickeln ja ja nie kann man das haben wir das Problem dass wir jetzt schon bei 24 prozent sind was ich nicht so prickelnd finde mhm super aber es hat gerade angefangen ne mit dem Heilmittel so 20 jetzt brauche ich aber leider brauche ich noch modifizierte ich muss mal kurz kurz schauen modifizierte Genentwicklung ist schon auf 3 ne das habe ich hier genau ja 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 das heißt jetzt eigentlich noch die Hitzresistenz hätte ich gerne da möchte ich doch hier noch ein paar Symptome entwickeln 4 4 und das hier wären 20 das könnte sich ausgehen sogar da werde ich Husten noch mitnehmen auf jeden Fall das hier wird halt ein Problem werden ja ich würde mal kurz interessieren gibt es schon ein Land das nicht also gibt es noch ja es gibt definitiv noch Länder die nicht ich weiß gar nicht mehr wo man das nachschauen kann ähm hier es gibt noch ein paar Länder die nicht infiziert sind was zum Beispiel hier nicht so geil ist das hier muss man definitiv noch irgendwie infizieren gut gut schön ok jetzt brauche ich aber noch 50 Punkte brauche ich jetzt leider noch uh das wird verdammt knapp werden ja eine Mie muss ich mir gleich anziehen noch komm 50 Punkte die Angst vom Riad so wie der Handel überlandet durch was nehmen ab ah verflucht ok 50 Punkte ähm jetzt werden wir noch 50 Punkte das wäre 17, 18 das geht ja Luft und Wasser nochmal und dann theoretisch müsste hier noch die Nukleinsäure möglich sein das setzt halt die Tötigkeit zurück obwohl wir eh keine haben aber so ja das mit dem mit dem heiligen wird gerade ein bisschen ein Problem werden hier irgendwas habe ich vergessen oder ne jetzt mal Resistenz und so kommt erst später wird knapp werden wird echt knapp werden ok 60 ich glaube jetzt kann ich schon ähm 60 Punkte ja Arzneiresistenz weiterentwickeln dann nehme ich noch die genetische Verhärtung mit kann ich bei den Symptomen noch was mitnehmen zum Beispiel hier niesen geht Lungenentzündung nehm ich das auch noch mit ok das wäre eigentlich schon alles das passt ganz gut ja das ich glaube das wird nichts mehr die Welt die restliche Welt zu hinverziehen ich weiß nicht was hier los ist ich weiß nicht warum die dass das schnell entdeckt wurde weil grundsätzlich also grundsätzlich hat die Fähig also haben wir ja nichts gemacht wir haben ja niemanden getötet ne naja ok das war ja nicht so erfolgreich ich glaube wir fangen einfach nochmal an ich glaube es ist nicht so tragisch wenn wir nochmal anfangen so wir haben jetzt dabei Wasserbonus Trockenbonus ähm ich würde sagen wir starten das ganze dann doch nochmal in Saudi Arabien so Status schwach und an hohe Temperaturen gewöhnt das heißt wir können jetzt hier wirklich die Kälteresistenz pushen wir können definitiv die Kälteresistenz jetzt erweitern dann passt das schon es ist ja so wir werden jetzt noch das werden trotzdem noch das hier einmal kurz ins Fernen ja die beiden die beiden Sachen hier und das hier da bleibe ich dabei dass ich das noch mache auf jeden Fall das Problem war jetzt einfach nur das Heilmittel alles andere hätte funktioniert aber ich weiß nicht warum die überhaupt das Heilmittel entwickelt haben weil ja also für mich macht es wenig Sinn dass sie da überhaupt das das Heilmittel weiterentwickelt haben weil ganz ehrlich ich verstehe es nicht weil ja das Heilmittel weil wir ja nichts eigentlich jetzt gruselig nichts gemacht haben kein Mensch getötet und so weiter also deswegen verstehe ich es nicht ganz aber ok ok so dann einmal die Nukleinsäure nehme ich mit und die Luftübertragung ok wir sind immer noch in Saudi Arabien wir bewegen uns nicht weg von da gestorben ist noch keiner von uns also durch unsere einer ist jetzt gestorben aber das muss jetzt nicht unbedingt unsere Krankheit gewesen sein ich meine das kann ja auch alles andere gewesen sein weil so hoppla wow 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 zu viele Symbole so 20 20 Wasser und Kälteresistenz weil ja die Krankheit an hoher Temperaturen gewöhnt ist braucht sie Kälteresistenz mit Hilfe des Wasserübertragensabklus kann Maria die neuen Reinigungsmethoden auf Schiffen überleben und sich wieder zwischen den Ländern ausbreiten sehr schön das ist gut alter es ist ja so pervers ok stimmt in Referendum für Brexit oh das ist schön ich finde das cool dass da auch äh aktuelle Themen mit eingearbeitet wurden Weltgesundheitsexperten geben bekannt dass eine globale Epidemie nur eine 2,5% hat die Menschheit aus ja genau und diese 2,5% werden wir es erster Todesdruck in den Kinder bestätigt Pech oder der Anfall von etwas schrecklich es ist nicht gut es ist nicht gut und äh ja wir müssen jetzt trotzdem noch warten ein bisschen äh sind sie wohl tätig sondern zu veranstalten einen Tag vor der es eine Situation für Maria um auf die Krankheit aufmerksam zu machen und die Forschung zu fördern verdammt ja jetzt fängt Saudi-Arabien wieder mit einem Heilmittel an obwohl wir nichts machen ja wobei es es ist einfach so dass die Leute zu schnell wegsterben ich sollte das ich sollte die Literalität auf jeden Fall sehr weit zurück halten aber wenn die jetzt wieder anfangen mit einem Heilmittel wird das jetzt wieder nichts werden na schauen wir mal es hat eh noch niemand also ja Saudi-Arabien hat jetzt mal angefangen weil da ja die meisten Leute waren aber ähm im Grunde jetzt entwickle ich einfach noch was ist ja egal und zwar Zysten und Abszesse Nekrosität finde ich ja geil so dann hatten wir noch mal kurz was wir 20 Punkte haben ok ok nehmen dann hier hinten wieder die genetwickle so jetzt haben wir überhaupt keine Tödlichkeit mehr sind aber trotzdem wieder noch immer bei 4% Grönland wurde zum Beispiel noch gar nicht infiziert so jetzt können wir hier die Vögel mitnehmen glaube ich ich glaube dass wir jetzt bei den Vögel sind ja so kann ich kann ich die Kälteresistenz oder Husten noch mitnehmen ne Husten könnte ich mitnehmen und die Kälteresistenz nicht ok dann werde ich einmal ja wenn ich das mal kurz warten bis ich das habe stopp das nehmen wir doch mit dankeschön ähm Kälteresistenz zack und das Hustensymptom Luftwasser geht nichts da geht auch nichts das müsste ja dann als nächstes vermutlich damit gehen ja Biowaffe tötet vor allem grundsätzlich Menschen das ist das ist einfach so ok weiter jetzt muss ich kurz schauen 50 Punkte das reicht sogar ja 50 Punkte reicht für Nukleinsäure Neutralisation ja jetzt die Schildigkeit der Waffe zurück normalerweise ähm und Luft und Wasser dann nehme ich auf jeden Fall mal Wasser falls es sich nicht ausgeht ja geht sich aus weil es kann ja sein dass wir also durch Luft und Wasser dass wir äh durch Luft nicht kommen wir ja nie hier nicht hin deswegen habe ich jetzt einfach Wasser genommen damit das dass sich das ein bisschen verbessert und es sieht auf jeden Fall jetzt schon besser aus wir warten jetzt wieder mal ein bisschen ok sie fangen schon wieder an extrem das heimlich nicht pushen so Grönland infiziert sehr schön so jetzt werden wir hier die Arznei erhöhen erhöhen und mhm genetische Verwertung Arznei genau äh niesen und die Lungenentzündung nehme ich auch noch mit ja genau Lungenentzündung ist jetzt nicht so schlimm finde ich geht eigentlich so jetzt müsste eigentlich in der Hinsicht mal alles also sind zumindest mal alle Länder infiziert ein bisschen so jetzt duschen wir nochmal schnell auf 30 hoch Lungenfibrose achso wir brauchen 50 geht sich das Lungenfibrose was ist denn das kann das kann tödlich sein mit dem infizierten Sport also mit also mit zu Atemlös gegen extremen Hustanfällen kann tödlich sein wenn kombiniert ja ich weiß nicht ja sonst hätte ich nicht drauf geklickt so jetzt muss ich mal kurz schauen ok ja mhm mhm dass wir da ein bisschen stärker sind dass wir da ein bisschen stärker sind und dann jetzt einfach hoffen dass sich das ganze hier schnell fortbreitend ausbreitet bisschen wir brauchen nämlich jetzt für den für den letzten Rest 24 DIN A Punkte ähm damit wir wirklich alles töten können so jetzt konzentrieren sich natürlich auf die auf das Heilmittel mir fehlt leider noch ein einziger Maria hat das Anämiesymptom ohne DNS Punkte modiert ist das schlecht? ah ne ist jetzt nicht so schlimm weil wir haben ja jetzt eh gleich alle infiziert so die letzte gesunde Person wurde von Maria infiziert und man sieht schon Literalität ist total oben also schlimmer geht es nicht schwere und Infektions Infektions Infektiosität ist jetzt auch ja ist egal das ist auch egal das wird alles töten so wenn ich jetzt hier mal kurz auf Stop drücke 4.11. da schauen wir mal wie lange es dauert ja ich meine der Balken geht ja enorm nach rechts ja so Australien ist vernichtet die Frage ist wie das mit dem Heilmittel wie das ob das Heilmittel noch ausgeht oder naja also wow also das ist fast das Heilmittel wird sich nicht mehr ausgehen nein ja alle tot fasten ah Maria das hat alles Leben auf der Erde erfolge rausgelöscht wir haben 608 Tage gebraucht das heißt nicht mal zwei Jahre das Heilmittel war zwar fast fertig aber wir haben es trotzdem geschafft meine Bion namens Maria hat die Welt schreit in ja es ging relativ flott also von allen infizierten bis tot war es dann wirklich nur mehr fast einen Monat also das war schon fand ich schon ganz gut ja dann folgende GameType ist entdeckt und in Frage gespielt waren Stadtbonus in 1 ah ja Stadtbonus Stadtbonus ja wo kann man das einfügen und hier hier ne 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 Automatisches zerplatzen finde ich ja geil wo kann man jetzt schon Stadtbonus einbauen lassen hier Stadtbonus gibt denn als solche einen Bonus denn im urbanen Gebieten ne wir sollten auf jeden Fall was kombinieren das wäre was wir so was wir auf jeden Fall brauchen ap Ich würde sagen, wir nehmen das Feuchtigkeitsding. Und alles. Okay, dann war das jetzt die Biowaffe, Maria. Ja, mit ein bisschen kleinen Guide. Und ich danke mal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann einfach bei der nächsten Seuche wieder, die ja dann die Affenseuche sein wird. Und da habe ich noch keinen Schimmer, wie wir das machen, was man da macht. Und ja. Ich sage danke fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal. Baba.